Hallo zusammen! Herzlich Willkommen wieder hier auf unserer Söhne in der Restrealität. Wir freuen uns, dass ihr da seid und es geht auch direkt weiter zum nächsten Tag. Und zwar haben wir heute den Arnuch Degani und der erzählt uns etwas über die wunderbare Welt. Der Netzteil hier auf Blüfen. Arnuch, wenn du das warst, viel Spaß! Danke, Erzieher. Ja, die wunderliche Welt der Netzteile auf Blüfen. Darüber erzähle ich euch was. Wer bin ich überhaupt? Arnuch Degani, mein Name. Ich selbst habe vor über einem Jahrzehnt einen Ingenieursabschluss in Elektrofette zu bauen. Auf Twitter findet ihr mich unter Arnuch Degani. Und, wichtiges Thema, das hier ist von mir so ein Fun-Projekt. Ich habe jetzt keine ausgewiesene Expertise zu diesen ganzen Themen. Ich kann euch also auch keine Haftung versprechen, falls ich irgendwie Unsinn erzähle und ihr daraufhin halt irgendwelche Aktionen gemacht. Worum geht's? Das Ganze ist im Prinzip ein Foundation-Talk. Dieses Format wurde ja vor, ich glaube, zwei Jahren eingeführt als Baseline-Talks. Das sind so Themen, die nicht total abgehoben sind, sondern die auch eine breite Masse abholen können. Die Inspiration dazu hatte ich... Soll ich die auch nennen? Okay. Als Inspiration diente mir eine neue Boombox, die ich hatte. Ihr kennt das, diese Bluetooth-Laufsprecher. Die habe ich mir angeschaut und da waren einfach sauviele Symbole auf dem Netzteil drauf. Und ich dachte, was soll denn das alles? Was bedeuten die überhaupt? Zwei, drei kannte ich noch. Bei den anderen, was ist denn das? So. Ich habe ihn eingereicht, wurde ich genommen und dann erst habe ich angefangen zu recherchieren und habe dabei gemerkt, die Idee gab es eigentlich schon. Ein paar andere Leute hatten diese Idee auch schon, einfach mal so das alles auseinander zu nehmen. Zum Beispiel bei Turanis, das ist hier verlinkt, findet ihr da so ein Projekt, was mal angefangen wurde. Allerdings haben die dann früher oder später die Lust daran verloren, weil es ist so ein bisschen Pareto-Prinzip mäßig. Die ersten 80 Prozent schaffst du in 20 Prozent der Arbeit und dann kommen die harten Nüsse. Deswegen dachte ich, versuche ich das mal durchzuziehen. Grundsätzlich, diese Siegel, was sollen die eigentlich besagen? Es ist ja schön, irgendwelche Logos drauf zu haben. Ihr findet auf jeder Lebensmittelpackung viele Logos. Diese Siegel sollen einmal eine gewisse Konformität, also Compliance nachweisen. Was heißt das? Compliance heißt im Prinzip nichts anderes, als man hält sich an Regeln. In der Regel sind diese Regeln Gesetze. Man hält sich an Gesetze, die halt in der entsprechenden Region gelten. So ein Siegel kann aber auch eine vertrauensbildende und damit eine verkaufsfördernde Maßnahme sein, wenn das eine freiwillige Geschichte ist. Um hier Siegel zu kriegen, das ist jetzt noch ein kurzer Theorie-Teil, gibt es in der Regel einen Ablauf, der derart aussieht. Es gibt eine Typprüfung von einzelnen Mustern. Das heißt, der Inverkehrsbringer, der Hersteller oder der Importeur sendet einfach eine Handvoll dieser Geräte an ein unabhängiges externes Prüfinstitut. Die gucken sich das an, ob das auch tut, was es soll und ob es auch nicht tut, was es nicht soll. Es werden technische Dokumente ausgewertet. Der gesamte Prozess der Herstellung und Entwicklung wird bewertet. Gerne werden auch mal die Fabriken besichtigt. Dann erhält der Inverkehrsbringer eine in der Regel zeitlich befristete Freigabe. Und damit er nicht schludert und hinterher ein ganz anderes Produkt raushaut und dort das Siegel raufklebt, als geprüft wurde, wird häufig dann auch einfach während der Verkaufsphase auch nochmal raufgeguckt. Das ist in der Regel für den jeweiligen Markt ein Pflichtprogramm. Also wenn du irgendwo ein Produkt anbieten willst, verkaufen willst, ohne das landestypische Siegel, im besten Fall hast du ein sehr, sehr hohes Risiko, Ärger zu kriegen, aber wahrscheinlich darfst du es gar nicht. Und der Wettbewerber wird dir das um die Ohren hauen. So, das hier war das Netzteil oder ist das Netzteil meines Rechners, an dem ich hier gerade stehe und den Vortrag hier halte. Ich habe jetzt extra von, ich hatte euch ja erzählt, ich hatte eine Boombox. Ich habe extra ein Laptop-Netzteil genommen, weil ich dachte, naja, vielleicht gelten für Rechner-Netzteile ja noch etwas andere Siegel, andere Regeln als bei so einem Stück Audio-Hardware, was ja eigentlich auch durch den Bluetooth-Stack IT-relevant ist. Ich habe jetzt nämlich einfach dann irgendwie für dieses Gerät erstmal entschieden. So, unten rechts seht ihr Seriennummer und Barcode, die habe ich natürlich rausgenommen. Kleine Präambel dazu. Der Laptop ist von 2013. Das Netzteil entsprechend auch. So, diese Normen und Zertifizierungen, die sind in einem steten Wandel. Und auf der Suche nach einigen dieser Logos musste ich erleben, dass das Internet manchmal doch ein bisschen vergesslich ist. Oder zumindest, wenn es nicht vergessen hat, sind manche Sachen sehr, sehr tief vergraben, was es auch nicht gerade leichter macht, sie zu finden. So, das nur erstmal als Auftakt. Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Was steht hier? Die meisten kennen das vielleicht noch aus der Schule, Strom und Spannung. Also das ist ein Netzteil, das kannst du überall auf der Welt einsetzen. Es verträgt alle Eingangsspannungen und Netzfrequenzen, die auf diesem Planeten verfügbar sind. So, zieht bis zu 1,5 Ampere, rauskommen bis zu 90 Watt. 20 Volt, 4,5 Ampere. Der Vorteil natürlich davon ist, dieses Gerät kann überall auf der Welt eingesetzt werden. Du brauchst nur noch einen passenden mechanischen Stecker, weswegen diese Geräte ja auch meistens zweiteilig sind. Du hast einmal das Netzteil selbst und dazu halt noch einen austauschbaren Stecker. Manchmal werden auch verschiedene Stecker mitgeliefert, die es dann erlauben, zum Beispiel das Gerät sowohl hier als auch in England zu nutzen. Dann haben wir die PIN-Belegung. Die findet sich eigentlich inzwischen auch auf jedem Gerät, sollte auch drauf sein. Die klassische PIN-Belegung sieht so aus, dass wir halt außen die Masse haben oder eine der Masse äquivalente Minuspolung. Einfach aus dem Grund, wenn es einen ... Ein Audio-Problem. Okay, Audio-Problem höre ich gerade. Ich mache eine Pause. Außen liegt halt die Masse, um eben im Falle eines Kurzschlusses, eines Kontaktes mit einem anderen nicht isolierten Teil, eben keinen Kurzschluss zu verursachen. Eine kleine Spezialität, Lenovo hat ja irgendwann mal angefangen vor einigen Jahren auf diese eckigen Stecker umzugehen. Naja, kennt man als Lenovo-Nutzer. Ist natürlich doof, dass dann die Rundstecker der ganzen anderen Hersteller nicht mehr so gut passen. Und innenliegend findet ihr halt noch die Signalleitung, die nichts anderes ist als ein relativ hochohmmiger Widerstand zur Masse. Das ist eine Kodierung, dass das Gerät erkennen kann, ob es jetzt an einem etwas kräftigeren oder nicht so kräftigen Netzteil hängt. Ist aber eigentlich für den Betrieb nicht zwingend nötig. So. Dieses Symbol erklärt sich ein Stück weit von selbst. Dieses kleine Häuschen, das besagt nichts anderes als, bitte nutzt das Gerät zu Hause. Also zu Hause im Gegensatz zu einer etwas raueren Umgebung. Entschuldigung. Im Gegensatz zum Camping, im Gegensatz zu alles, wo es feucht oder anderweitig ungemütlich werden könnte. Es ist ein standardisiertes Symbol. Da gibt es eine wunderschöne ISO oder IEC, wo es sehr, sehr viele solcher Symbole zu finden gibt. Weltweit gültig. Jetzt kommen wir zum ersten tatsächlichen ländertypischen Zertifikat. Ich werde bei den ersten ein, zwei Zertifikaten ein bisschen ausholen und später die Zertifikate etwas kompakter behandeln. Die einzelnen Länder, weil das wiederholt sich sonst ständig. Aber wenn ihr so ein, zwei Mal das gehört habt, dann könnt ihr euch vorstellen, was dahinter steht. Hier haben wir ein Korean Certification Mark. Das heißt also, dieses Gerät ist compliant, hält sich an die Gesetze der koreanischen Produktsicherheitsanforderungen. Randnotiz, Klammer auf, ist natürlich Südkorea gemeint. Ich habe auch tatsächlich geguckt, ob es sowas über Nordkorea gibt. Nichts gefunden. Korea hatte bis vor etwas über zehn Jahren tatsächlich eine Schwämme von über 140 verschiedenen diversen Siegeln, was es wahrscheinlich für Importeure oder andere Inverkehrbringer nicht gerade leicht gemacht hat. Das haben die dann abgelöst hiermit. Ein Vergabeprozess ist ähnlich diesem typischen Prüfablauf, wie ich Ihnen eingangs gesagt habe. Man bewirbt sich darum, die Fabrik wird auseinandergenommen, das Produkt selber wird getestet. Einmal über typischen elektrotechnischen Eigenschaften oder allgemein die zugesicherten Eigenschaften. EMC, also elektromagnetische Verträglichkeit, wird nochmal gesonders betrachtet. Und nachdem das Zertifikat erteilt wurde und damit das Gerät auch vertrieben werden darf, wird auch öfters mal nachgeschaut, ob das denn immer noch das gleiche Gerät ist. Das hier oben, FCC, Federal Communications Commission, ist zwingend notwendig, wenn du dieses Gerät in den USA vertreiben möchtest. Dieser Titel 47 Part 15 ist ein Klassiker der EMV. Das ist gesetzlich geregelt und es hat zwei Kernaussagen. Dieses Gerät strahlt nicht und es wird nicht bestrahlt. Im Sinne von, natürlich strahlt es irgendwie, aber es überschreitet je nach Frequenzband nicht die Grenzwerte. Und es ist auch nicht sonderlich strahlungsempfindlich. Ich könnte es in die Mikrowelte stecken, dann würde es kaputt gehen. Aber die Strahlung, die von anderen Geräten, die eben auch dieser Regulierung unterliegen, ausgeht, beeinflusst dieses Gerät nicht. Das ist die Kernaussage davon. Man kann es also gefahrlos betreiben, ohne dass es mit der Umwelt ungewollt interagiert. Dieses V rechts oben, sieht ein bisschen ähnlich aus wie das vegetarische V, ist tatsächlich ein Energieeffizienzstandard. Ihr seht rechts so eine gewisse Timeline. Ich weiß nicht, ob man das im Bild gut sehen kann. Dieses Gerät, wie gesagt, 2013, ist noch nach dieser quasi Standardklasse 5. Das Ganze ging los mit kalifornischen Gesetzesgebung 2004. Die Kalifornier sind da ja relativ früh immer am Start. Inzwischen müssten wir bei 6 und bald dann halt noch in der nächsten Stufe sein an den Geräten. Diese 5 besagt, im Leerlauf, also wenn keine Last dran hängt oder die Last eben nicht an ist, darf es maximal ein halbes Watt verbrauchen. Und bei Last hat es einen Wirkungsrat von 87 Prozent mindestens. Was erstmal klingt okay, aber 90 Watt, 87 Prozent, das heißt so 10 Watt rein in Wärme kann es schon mal umsetzen. Das wird auch warm. Dieses Logo ist ein UL-Logo. UL ist eine weltweit agierende große, ja ein großes Unternehmen, eine große Unternehmenskette mit einer fünfstelligen Anzahl von Mitarbeitern. Hier haben sie auf Energieeffizienz geprüft. Also im Prinzip ist das so etwas ähnliches wie der blaue Engel, wenn ihr den noch kennt. Dieses UL ist eine relativ spannende Bude, finde ich. Die wurde 1894 gegründet, ein Jahr nach der Weltausstellung, die es damals gab, in Chicago, die einen ziemlich großen Fokus auf Elektrizität hatte. Dabei erkannte ein gewisser William Merrill das wachsende Potenzial im Bereich Produktsicherheit. Ich würde da gerne einen kleinen Exkurs hin machen zu dieser 1893er Weltausstellung. Was für eine Zeit war das damals? Es herrschte der Stromkrieg. Tatsächlich Gleichstrom gegen Wechselstrom. Also es gab schon überall Strom. Der erste elektrische Leuchtturm war auch schon einige Jahrzehnte her. Das waren aber alles Insellösungen. Das heißt irgendwie, du hattest so ein gewisses Insellnetz, es waren alles direkte Verkabelungen und es gab kein globales oder auch nur landesweit umspannendes Netz. Und Edison war ein Vertreter des Gleichstroms, während Tesla und die hinter ihm stehende Firma, die haben den Wechselstrom propagiert. Einfach mit der Begründung, ey, das lässt sich viel leichter, viel effizienter, also verlustärmer, transformieren und über weite Strecken rüberbringen. Womit er auch Recht hatte und hat. Natürlich hast du gewisse Gefahren, weil eben diese Wechselspannungen meistens in dem Bereich sind, die für Menschen eben nicht mehr gesund sind. Das war im Prinzip der Stromkrieg damals. Diese Chicago-Messe, die hatte einen Stromverbrauch, die war dreimal so groß wie die von ganz Chicago. Also ersetzt mal Strom durch Bandbreite und das erinnert vielleicht den einen oder anderen von euch an typische Kongress- oder Campinfrastruktur. Strom war damals wirklich Neuland. Und um das geschichtlich einzuordnen, 1893 wurde auch das erste echte Riesenrad ausgestellt mit irgendwie über 80 Metern. Farbsprühen wurde erfunden, weil die Leute herausgefunden haben, ey, mit normalem Farbauftrag, mit Pinsel und Rolle kommen wir nicht so weit. Höhepunkt waren dann hier diese 100.000 Leuchten, die dann diesen Palast quasi zum Leuchten brachten. Ich hatte gerade gesagt Stromkrieg, Edison und Tesla. Ich würde gerne dieses Zitat euch mal vorlesen über den Thomas Alva Edison, der ja immer noch ein sehr bekannter Mensch ist. Ein rundum reizendes Menschenwesen war er nicht. Er hatte keine Skrupel zu lügen und zu betrügen und war allzeit bereit, Patente zu stehlen oder Journalisten für eine positive Berichterstattung zu bestechen. In den Worten eines seiner Zeitgenossen hatte er ein Vakuum, wo sein gutes Gewissen sein sollte. Doch er war risikofreudig, ein unvergleichlich guter Organisator und harter Arbeiter. Danke, Bill Bryson, für dieses Zitat. Das ist, ja, wie soll ich sagen, die Automarke des Herrn Elon Musk hätte eigentlich aus meiner Sicht eher Edison heißen können. Das ist aber meine persönliche Meinung. Naja, und diese Ära damals, Strom, Neuland, da gab es halt auch mal viele Unfälle. Also, ob das jetzt hier in diesem Fall aus dem Chicago Tribune ein mechanischer Unfall ist, wo einfach mal ein Schlitten entgleist ist, ein Toter, ein halbes Setzen Verletzte oder halt elektrische Unfälle. Also, Elektriker waren damals wirklich wagemutige Recken. Es ist nicht wie heute mit irgendwelchen, einem Haufen Normen, sehr viel Schutzausrüstung, Schutzkleidung und genau das Werkzeug. Also, das war dann einfach so, ja, guck mal, ist da Strom drauf? Hm, weiß ich nicht. Ja. Und es sind dann natürlich auch größere Unfälle passiert. Tatsächlich, bei dieser Weltausstellung kam es zu einem Großbrand, bei dem ein Dutzend Feuerwehrleute starb. Die wurden dann quasi von zwei Seiten eingeschlossen. Und natürlich waren dann Untersuchungen unter großem Druck, weil während eine Messe läuft, so ein Großbrand kommt nicht gut. Und im Rahmen dieser Untersuchungen haben sie herausgefunden, naja, es gab im Vorfeld schon Warnungen. Also, Monate vor Messebeginn wurde kritisiert, naja, die elektrischen Leitungen sind nicht sonderlich sicher oder sauber gelegt. Brandschutzwände, hm, gibt's auch nicht so wirklich. Also, diejenigen, die jetzt über Berlin lachen, weil die sieben Jahre Verzögerung bei der Öffnung des Flughafens hatten, wegen unter anderem unzurechnendem Brandschutz, vielleicht war das doch die richtige Entscheidung, ja. So, warum erzähle ich euch das alles über diese Weltausstellung? Einfach, mich hat das sehr beeindruckt, dass jemand damals über diese Messe gegangen ist, sich das angeguckt hat und ein Jahr später mit 25 meinte, ey, da ist ein Business drin, da muss man was tun, da kann man den Leuten helfen und einfach ein Unternehmen gegründet hat, was jetzt, 130 Jahre später, 12.000 Mitarbeiter hat und sich um Produktsicherheit kümmert. Gut, das dazu. Kommen wir zurück zu den eigentlichen Logos. Safety Mark Singapur. So, es ist ähnlich wie bei den genannten Themen, also hier wird es tatsächlich, es wird getestet, es wird extern nachgewiesen, dass dieses Gerät sich an die Sicherheitsvorschriften hält und mit dieser Kennzeichnung unten könnt ihr, wenn ihr etwas ähnliches auf eurem Gerät habt, falls es euch interessiert, könnt ihr im Internet einfach nachsuchen, ob die Lizenz noch gültig ist oder nicht, wer dahinter steht und in diesem Fall ist es tatsächlich, ja, die Lenovo hat die Lizenz immer wieder erneuert, momentan geht sie bis 2024. So, so, random fun fact. TÜV Rheinland, kennen wir zumindest vom Hören eigentlich alle. Hier hat der TÜV Rheinland extern als Zertifizierungsstelle für Argentinien gedient. Das heißt, dieses Gerät darf halt in Argentinien vertrieben werden, so. Und dementsprechend prangt daneben das argentinische S-Zeichen. Das ist ein Stück weit vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland als Sicherheitssiegel kennen. Das japanische JET-PSE-Zeichen ist auch eine Pflicht. Ohne kannst du das Gerät dort einfach nicht an den Mann oder die Frau bringen. Und dieses PSE, das ist im Prinzip diejenigen, die sich damit, die das schon mal gehört haben, entspricht dieser VDE-Normenreihe 100, das die Niederspannungen betrifft. Ein taiwanesisches Zeichen vom Bureau of Standards, Metrology and Inspection. Auch hier wieder Pflicht, ohne kannst du es nicht vertreiben. Ich habe versucht herauszufinden, was dieses Logo eigentlich sein soll. Das ist ein Kreis, wo ein Blitz durchschießt. Und er ist gerade dabei, diesen Kreis zu durchbrechen. Verzeichnen, was Produktsicherheit vermitteln soll, finde ich das etwas fragwürdig. Aber das ist halt eben, ja, bin ich auf die Schnelle nicht hergekommen. Also, wer da was weiß, ich bin gespannt. Taiwan hat auch noch ein anderes Thema gehabt, also die gleiche Zertifizierungsstelle. Hat momentan sich den Kampf für bleifreies Leitungswasser angenommen. Das war wohl wirklich ein Problem vor irgendwie fünf Jahren. Da kam das für einige 10.000 Haushalte raus. Die Politiker wollten das erst ein bisschen kleinreden. Ja, ja, wir schreiben die Leute an, die das Thema, die halt zu Hause betroffen sind. Natürlich hat die Opposition dann Druck gemacht, dass das auch, nee, wollen wir vielleicht alle informieren, bevor das unter den Tisch fällt. Ja, und jetzt haben die so eine niedliche Kampagne. Ist ein ernstes Thema, sieht aber trotzdem für meinen Geschmack ulkig aus mit dieser Manga-esken Elfenfigur für bleifreies Leitungswasser. So, NOM und NICE, das gehört beides zu Mexiko, das heißt, dieses Gerät kann in Mexiko vertrieben werden. Was ich ein bisschen ulkig finde, ist dieses NOM-Logo, was doch ein wenig an das DIN-Logo unten rechts erinnert. Also, okay, das N ist ein anderes, das heißt, es ist nicht die gleiche Typo, aber haben sich dann vielleicht die Jungs und Mädels inspirieren lassen. TÜV und geprüfte Sicherheit. So, jetzt kommen wir tatsächlich hier in den deutschen Bereich. Huch, das sollte eigentlich nicht sein. Das Gerät entspricht § 21 des Produktsicherheitsgesetzes. So, das heißt, das ist tatsächlich gesetzlich geregelt. Geprüfte Sicherheit ist heute, oder in diesem Jahr, 42 Jahre alt geworden, ja, dieses Logo. Es ist das einzig verbleibende Produktsicherheitszeichen in der EU, das noch gesetzlich geregelt ist. So, die EU-Kommission wollte das tatsächlich abschaffen, 2007, ist damit zum Glück gescheitert. Ihre Begründung war nämlich, naja, wir haben ja schon das CE-Zeichen, dann brauchen wir doch keine geprüfte Sicherheit mehr. Zum Glück konnten die anderen beiden Europakammern dann doch die Kommission überzeugen oder hatten einen Standpunkt, nämlich, dass die beiden Siegel dann doch etwas unterschiedlich sind. Da komme ich gleich noch zu. Also, hier hast du geprüfte Sicherheit. Da gibt es, also dieses Zeichen besagt wirklich, du hältst dich an einen bestimmten Paragrafen des Produktsicherheitsgesetzes und du hast dich extern prüfen lassen. Das CE-Zeichen nämlich, das wir hier sehen, ist Pflicht für eine ganze Reihe von Produktgruppen, ja. Das ist eine Selbstaussage, also dieses Produkt kann in der EU gehandelt und genutzt werden. So, wenn da noch eine vierstellige Zahl dahinter ist, dann wurde die Konformität extern nachgewiesen. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Logos? Das CE-Zeichen ist, wie ich gerade meinte, wirklich Pflicht, ja. Also, wenn du ein Produkt in den Markt bringst, das zu einer bestimmten Produktgruppe gehört, dann heißt das, ja, ich halte mich an das europäische Binnenmarktrecht, wenn es denn ein Rechtsakt dafür gibt. Das heißt, dann muss ich es rauftun. Es gibt übrigens auch Produktgruppen, für die das nicht gilt, die dürfen das nicht mehr tragen. Also, mir sind schon Sachen untergekommen, irgendwelche, ich sag mal, billiges Plastikspielzeug, wo ich ziemlich sicher bin, das hätte kein CE-Zeichen tragen dürfen, hatte trotzdem alles aufgeklebt, weil, naja, wenn es keiner merkt, ne. CE ist in der Regel, wenn es eben keinen Zahlencode hat, eine Selbstaussage des Inverkehrsbringers, ja. Also, häufig findet da, also ist keine Prüfung zwingend vorgeschrieben. Das geprüfte Sicherheitszeichen ist freiwillig, aber wenn man es tragen möchte, dann muss man es halt richtig machen. Dann muss man sich eben an die Regeln halten, um diesen Paragraf 21, Produktsicherheitsgesetz zu erfüllen. Und das GS bedeutet immer eine externe Zertifizierung, also eine Prüfung, also hat da jemand wirklich raufgeguckt. Das heißt, man kann es also als Gütesiegel bezeichnen. Das eine ist eine Pflicht, CE muss. GS ist dann sozusagen ein Upgrade, ja, ist schöner. Nicht jedes Gütesiegel ist eins, wo ich persönlich sagen würde, ja, geil, das finde ich gut, das will ich haben. Diejenigen von euch, die jetzt vielleicht nicht zu den allerjüngsten Generationen gehören, die erinnern sich vielleicht noch an das CMA-Gütesiegel. Die Definition von Güte ist einfach nicht wirklich genormt, ne. Das prangte damals eigentlich auf jeder zweiten Packung Wurst beim Discounter. Das war eigentlich ein reines Marketing-Siegel, ne. Das war eine Bude, die hatte 100 Millionen Euro Budget bei 150 Mitarbeitern. Das finde ich, ja, das ist eine gute Quote. Und die hat dann so Sprüche rausgebracht wie Markenqualität aus deutschen Landen. Das wurde vom EuGH gekippt, durften sie nicht, weil irgendwie, ne, du darfst innerhalb von Europa nicht irgendwas anpreisen, dass es aus dem Land besser ist als aus dem anderen. Und Gutes aus Deutschland wurde auch gekippt, weil mit der Begründung, naja, die kriegen auch Geld vom Staat, also darf der Staat dann nicht diese Subvention durchführen. Ja, was haben die gemacht? Die haben, also Eigenaussage war damals tatsächlich, sie kümmern sich auch um die Normen und darum, dass es auch den Tieren und Bauern besser geht. Bauern vielleicht, geht so, selbst die Bauern haben das nicht so gesehen, ne. Das Ganze hatte, oder basierte auf einer 0,4 Prozent Zwangsabgabe auf Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft. Und die wiederum haben da nicht unbedingt alle einen echten Gegenwert gesehen. Also da haben da wirklich ein paar Bauern geklagt. Diese Zwangsabgabe wurde 2009 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Ja, das musst du auch erstmal schaffen, dass das Bundesverfassungsgericht dein Business Case für verfassungswidrig erklärt, ne. Und vorher hieß es, die hätten einfach große Ressourcen und große Möglichkeiten. Naja, und dann mussten sie halt ihr Lagerhaus allein in Rostock räumen mit zweieinhalbtausend Euro Paletten voll Werbematerial. So, finde ich irgendwie ganz schön zu sehen. Rechts viel Schwein für die Marken, älteres Bild. Das als Exkurs, nicht jedes Gütesiegel ist vielleicht unbedingt eine Güte. Aber zurück zum eigentlichen Thema, Netzteil-Hieroglyphen. Endlich CCC, was heißt das? China Compulsive Certificate, ist Pflicht für China. Und bei mir ging vor einigen Jahren im Arbeitsumfeld meine Mail rum, Leute, passt auf, bei Dienstreise nach China müsst ihr nicht nur dieses Logo auf euren Geräten haben, sondern auch das entsprechende Zertifikat, das ist dann meistens so ein ein- bis mehrseitiges PDF, mitführen, wo auch wirklich draufsteht, wie, wo, wann das geprüft wurde. Was wir alle ein bisschen ulkig fanden, weil bei einem Gerät Made in China nochmal so ein Ding mitzuführen, dass du es auch wieder nach China reinbringen darfst. Ich will es auch gar nicht verkaufen, ich will es nur privat betreiben. Aber selbst da hieß es, musste man es mitnehmen. Ich habe seitdem davon nicht mehr viel gehört. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Fand ich aber ulkig, dass diese Idee hochkommt. Manchmal ist es ja so, wenn Gesetze neu angewendet werden, dass dann die Jungs und Mädels an der Front dies etwas sehr wörtlich nehmen und sagen, ja Moment, wo ist denn hier ein Nachweis? Wird dann irgendwann wieder eingefangen. Dieses Logo gehört auch zu China. Das müssten die meisten Geräte, die ihr so habt, inzwischen eigentlich auch haben. Hier geht es einfach darum, ob dieses Gerät Schadstoffe enthält. In diesem Fall ja. Und ob es diese Schadstoffe wenigstens sicher in sich behält. In diesem Fall ist also die Aussage, ja, der Endverkehrbringer sichert zu, dass die Schadstoffe, die hier drin sind, Schwermetalle, andere giftige Substanzen, zehn Jahre drin bleiben bei normalen, gebrauchsmäßigem, bestimmungsmäßigen Gebrauch. Was dann nach zehn Jahren passiert, weiß ich nicht. Wenn es keine Zahl hat, sondern tatsächlich ein E, dann heißt es, das Gerät hat keine Schadstoffe, die halt über die Grenzwerte, die erlaubt sind, hinausgehen. So, zehn Jahre Sicherheit, sieben Jahre sind rum. Ich bin gespannt, ob das in drei Jahren noch alles funktioniert. Hier sind wir wieder bei den Underwater Laboratories. Dieses Mal ist es tatsächlich, das eben war ja eine Art Umweltengel. Das ist tatsächlich eine Zertifizierung, dass das Gerät für den kanadischen, ihr seht links das C, und den amerikanischen, rechts das US-Markt, zertifiziert und geprüft wurde und dort eingesetzt werden kann. Ihr findet manchmal eine Variante des Logos. Das ist dieses umgedrehte RU, was ihr rechts unten seht. Das wird dann verwendet, wenn es kein eigenes Gerät ist, sondern eine Komponente. Also quasi ein Bauteil, was verbaut wird in Platinen oder anderen nicht fertigen Gehäusen. Das ist dann auch ein entsprechendes Prüfsiegel. Das ist relativ selbsterklärend. Eine Mülltonne, das heißt, vor allem eine durchgestrichene Mülltonne, darf halt nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Das Logo muss dauerhaft lesbar angebracht sein. Manchmal hat es noch einen Balken. Dieser Balken ist inzwischen obsolet. Zum Thema Elektroschrott würde ich gerne noch kurz ausholen. Also wir haben innerhalb der EU jedes Jahr 10 Millionen Tonnen Elektroschrott. 10 Millionen Tonnen. Es ist umgerechnet Tag und Nacht alle zwei Minuten ein 40 Tonnen LKW, der an Elektroschrott anfällt und verschrottet wird. Inklusive dem LKW selbst wohlgemerkt. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Über die Hälfte davon sind Haushaltsgroßgeräte, also Waschmaschinen, Kühlschränke und ähnliches. Aber dann doch jeweils etwa ein Sechstel Unterhaltungselektronik, Photovoltaik, IT-Telco-Geräte. Naja, und dann halt Haushaltskleingeräte und die anderen, das sind dann sowas wie Medizinprodukte, Werkzeug etc. Also ich habe da zwei Empfehlungen für euch, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Lasermax hat auf dem letzten Camp einen Vortrag gehalten zu diesem Thema. Der Weg des Elektroschrotts. Wo geht das eigentlich hin? Spoiler, Afrika. Und auch ein Stück weit passend dazu gibt es einen sehr schönen, also grausig schönen Film, Welcome to Sodom, wo einfach mal in Ghana eine riesen Deponie begleitet wird von einem Filmteam, wo ihr mal sehen könnt, was mit dem Elektroschrot eigentlich passiert. Das sind Leute, die rennen da wirklich auf der Deponie rum und deren Arbeit ist es, die schlachten aus, was noch da ist, gucken, ob das noch irgendwie verwertbar ist. Und wenn du halt so einen Kabelstrang hast, der wird dann ins Feuer geschmissen, damit die ganze Isolierung verbrennt, denn das Kupfer ist ja wertvoll. Das ist einfach deren Business-Modell. Hier links seht ihr die Recycling-Graten innerhalb von Europa. Kroatien gibt 80 Prozent an, Malta mit 20 Prozent am anderen Ende. Deutschland ist hier links unten zu sehen mit seinen 38 Prozent, liegt auch damit knapp nur unter dem EU-Schnitt. Wir sind etwa bei 40 Prozent Recycling, das heißt 60 Prozent wird nicht recycelt. So, das Problem ist, recycelt heißt nicht automatisch, ja, ist alles gut und die Wertstoffe sind wieder gewonnen und wir haben den Müll gespart. Recycling, also Recycling kannst du auch innerhalb der EU markieren, wenn du dein Produkt als marktfähig einstufst und nach Afrika verkaufst oder quasi verschenkst an Abnehmer, die das dann dort auf die Deponie knallen. Das vielleicht mal für euch zum Nachdenken, ob ihr wirklich das allerneueste Gadget wieder ersetzen müsst oder nicht oder ob es das Gerät vielleicht noch ein weiteres Jahr tut. Kommen wir zu den etwas härteren Nüssen auf dem Gerät, an den Hieroglyphen wirklich. Dieses Logo, da habe ich einige Lächte lang drüber gebrütet, was es sein soll. Also von wegen, ihr schmeißt alles in Google und dann findet ihr das schon. Das klappt auch in einigen Fällen und in anderen halt nicht so leicht. Ich habe erst auf Malaysia getippt, war es dann aber nicht. Malaysia hat tatsächlich dieses Logo, was ich hier unten rechts gezeigt habe. Das ist das Logo von Moldawien. Tatsächlich hat die Republik Moldau ein eigenes Logo. Die sind zwar irgendwie halb an Rumänien rangeflanscht, wenn man so mag. Also auch kein EU-Land. Und haben inzwischen auch festgestellt, wir brauchen nicht unbedingt ein eigenes Logo. Das heißt, inzwischen ist es so, wenn es ein CE-Logo drauf hat, soll und darf dieses Logo eigentlich nicht mehr verwendet werden. SM finde ich persönlich sehr schön. Aber ja, Republik Moldau. Dankeschön. Der nächste Knacker war das hier. Ich habe dann einen Vergleich mit anderen Netzteilen gemacht und gefunden, ja, das ist eine Schrift, die sieht so ein bisschen aus wie Indisch oder Thailändisch oder so. Aber sowohl Thailand als auch Indien haben ihre eigenen Logos, die ich euch hier gezeigt habe. Das ist beides nicht in dem Fall. Es war dann tatsächlich Kambodscha. Ja, kleines Uf, das hat lange gedauert, das rauszufinden. Und das heißt, dieses Logo ist dann besagt, im Jahre 2012 hat es die Sicherheitsnummer 257 gekriegt. Könnte man also auch nachgucken, um zu sehen, was da drin steht, wenn es einen interessiert. So. An diesem Logo habe ich mir tatsächlich die Zähne ausgebissen. Ich finde, das ist ein bisschen so eine Welle oder ein C. NNO-1-09 steht da. Also wenn ihr besser im Googlen seid als ich oder das wisst, schickt mir gerne eine Nachricht auf Twitter. Oder vielleicht eine Rückmeldung jetzt hier gleich an den Signal Angel. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Findet sich auf einigen Geräten. Auf den aktuellsten habe ich das nicht mehr unbedingt gefunden. Also es kann sein, dass es wirklich Legacy ist im Sinne von ein altes, depucated Logo, was inzwischen obsolet ist oder in ein anderes aufgegangen. Ja. Den Fall von Logos, die halt abgelöst sind, ist hier ein gutes Beispiel. Das ist ein weißrussisches Belarus-Logo, inzwischen abgelöst durch die ERC-Zollunion von Russland, Weißrussland und Kasachstan. Die Regeln sind eigentlich alle relativ ähnlich. Ich wiederhole jetzt nicht alles, was da gemacht werden muss. Es muss halt im Prinzip, die Produkte müssen dem gesunden Menschenverstand entsprechen und es darf keine Gefahr von ihnen ausgehen, mit dem man nicht rechnet. Das ist das australische Logo. Auch hier gelten eigentlich die gleichen Sachen, die ich vorher gesagt habe. Kasachstan war jetzt auch nicht so leicht zu finden, was auch nicht dadurch erleichtert wird, dass es halt eben obsolet ist und in diese ERC aufgegangen ist. Das hier ist ein chinesisches Energiesparsiegel. Und mit einiger Fantasie kann man das chinesische J-Zeichen rechts hier rein interpretieren. Ja, und das heißt im Prinzip, es hält sich an die Anforderungen für Energie- und Wasserverbrauch. Wasserverbrauch heißt jetzt natürlich auch im Rahmen der Produktion des Herstellungsprozesses. Gehe ich zumindest von aus. Das hier ist das ukrainische Logo. Wichtig ist es, man darf diesen Kreis nicht schließen. Dieser Kreis muss ein C irgendwie offen sein. Und ganz bestimmt nicht pathisch stand das Logo des Nordatlantik-Paktes, was ich mal zum Vergleich hier angefügt habe. Das war auch gar nicht so einfach. Gehört aber zu Serbien. Serbien, auch mitten in Osteuropa, aber nicht Teil der EU, hat entsprechend sein eigenes Logo. Das Gerät kann in Serbien genutzt, vertrieben, verkauft werden. Das alte russische Logo, Gost-R-Certifikat, inzwischen auch durch das ERC abgelöst, drin aufgegangen. So, und jetzt schließt sich der Kreis quasi. Wir sind wieder bei einem ISO-IEC-Logos, wie eingangs schon gezeigt, mit dem Haus. Links unten ist eigentlich relativ selbsterklärend RISC-of-Electric-Shop. Wenn ihr das irgendwo seht, dann wisst ihr, okay, innen drin, also das Gerät ist zwar wahrscheinlich einfach isoliert. Soweit ihr es aber aufmacht, habt ihr sofort die Wahrscheinlichkeit, dass ihr blanke, nicht isolierte Kabel findet oder Leitungen, die halt gefährliche, berührungsgefährliche Spannung führen. In diesem Zusammenhang dann auch das mittlere Logo. Das habe ich tatsächlich jetzt nicht gefunden, aber ein durchgestrichener Schraubenzieher heißt für mich einfach so viel wie, bitte nicht öffnen, nicht mit Werkzeug öffnen, no user service with parts inside, Finger weg, es sei denn, ihr wisst genau, was ihr tut. Und das rechte ist halt auch ein ISO-Logo, das Ding kann einfach warm werden. Deckt es nicht zu, deckt es nicht ab und lasst das Ding atmen und legt es euch nicht auf den Schoß, weil es sollten sich Leute ja schon den Schoß verbrannt haben mit einem Lappi oder einem Netzteil. Puh, so. Das ist jetzt eigentlich mein Fazit von der ganzen Sache. Diese Siegel und Logos sind weitgehend Ländersache oder halt Regionsache. Also diese einzelnen Länderlogos werden nach und nach jetzt abgesetzt durch Zollunionsregeln. So eine Zollunion hat dann ja auch den Vorteil, na gut, dann gelten wenigstens die gleichen Regeln überall. EU ist ein gutes Beispiel, ERC auch ein Stück weit, was jetzt die ASEAN-Staaten und so machen. Schauen wir mal. Dort sind diese Logos in der Regel einfach Pflicht. Also das ist, ohne brauchst du nicht auf den Markt gehen, gibt Ärger. Aus Sicht Verbraucherschutz finde ich das sehr begrüßenswert. Dass es immer noch so viele verschiedene sind, die sich im Zweifel alle ähneln. Naja gut, jedes Land ist sein eigenes Fürstentum. Welche Pflichten ergeben sich eigentlich für den Nutzer? Ich habe jetzt auf die Stelle zwei Pflichten identifiziert. Also das eine ist natürlich die Entsorgung. Ihr dürft diese Geräte dann nicht in die Tonne kloppen, wenn das entsprechende Logo drauf ist. Und wenn ihr ein Gerät mitnimmt in ein Land, für das es nicht zertifiziert ist, könnte es theoretisch sein, dass auch der Betrieb für euch im Privaten Ärger bringt. Wie wahrscheinlich das ist, wie realistisch, kann ich euch nicht sagen. Ja. So. Und zum Abschluss. Eigentlich hatte ich ja, die Idee kam ja bei diesem Netzteil hier, bei dem von dem, wie heißt das? Von der Boombox. Genau. Dankeschön. Ihr seht viele der Logos, die ich eben angesprochen habe, seht ihr hier wieder. Das ERC-Logo hat dann tatsächlich auch hier die russischen und kasachischen und weißrussischen Logos ersetzt. Aber ansonsten ist es eigentlich das gleiche im Grün. Sogar Strom- und Spannungswerte, also 19 Volt bei 3 Ampere. Wenn das Ding einen passenden Stecker hätte, könnte ich damit wahrscheinlich auch meinen Laptop betreiben. Was neu hinzugekommen ist, dieses doppelte Quadrat neben dem Haus. Das besagt eigentlich nur, das Gerät ist doppelt isoliert. Das heißt, es braucht keine Steckdosenkontakte mit dem Schutzleiter, sondern so ein 2-Pol-Stecker würde da reichen. Das war's. Ich danke euch und freue mich auf Rückfragen, wenn es denn welche gibt. Das Mikro ist nicht an. Aber es ist grün. Jetzt. Ja, war ein aufregender Ausflug in die Welt der Zeichen und Hieroglyphen. Was mich jetzt interessiert, gibt es da irgendwo eine Übersicht, so eine Art allumfassendes Wiki, wo alle Hieroglyphen drin sind und man dann nachgucken kann, was es bedeutet? Es gibt einige Links, also die Folien werden ja nachher noch Public Available gemacht. Es gibt einige Quellen, die ihr euch gerne angucken könnt, die ich natürlich auch hier für benutzt habe. Es gibt eine Liste mit Symbolen. Es gibt einige Übersichten für eben diese ganzen Symbole. Das sind aber häufig so mal kurz reingeguckt in dieses und jenes Thema. Ich habe mich jetzt hier auf elektrische Geräte beschränkt. Du hast genauso viele Kennzeichnungspflichten für Lebensmittel, für Baustoffe, für Gefahrgüter. Und eine allumfassende Sicht, wenn es sie gegeben hätte, hätte ich mir ein paar Nächte Recherchearbeit erspart. Ich glaube nicht. Okay. Und eine Frage haben wir noch. Gibt es da Unterschiede? Kann man an dem Piktogramm oder an dem Hieroglyphen sehen, aus welcher Ecke das kommt, sprachlich gesehen? Also bei Japanisch oder so könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht... Ach so. Ja, also für welchen Markt das dann gültig ist. Ja, klar. Wenn die Schrift irgendwie auf irgendwas hindeutet, also wenn du kyrillische Buchstaben hast, dann weißt du schon, okay, das wird irgendwie der slawische Raum sein. So bin ich dann, glaube ich, auch dem serbischen auf die Stiche gekommen, diesen drei A's. Das kambodschanische ebenfalls. Da dachte ich auch so, ja, das muss doch irgendwie aus dem Raum sein. Und auch eine sehr schöne, schnörkelige Schrift. Ja. Aber das ist ja nicht, wo das Gerät herkommt, sondern für welchen Markt es halt einsetzbar ist. Ja. Okay. Interessant. Vielen lieben Dank. Wir bedanken uns auch bei euch. Sorry, dass es mit dem Ton ein bisschen gehakt hat. Wir arbeiten dran. Es wird besser. Und wir freuen uns auf euch beim nächsten Talk. Danke. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.